So Leute, hier ist der neue Floh und heute geh ich zum Edeka weil der ist heute den letzten Tag offen und dann schließt er für immer und wurde bald abgerissen ja mal gucken, ob er noch offen ist heute ist der letzte Tag, ich weiß nicht, aber gestern der letzte Tag war heute, mal gucken genau ja mal sehen voll geile Wetter heute schön warm ja um die 20 Grad schätze ich mal ok ok habe ich auch wieder geschlossen ja wir stehen da viel am Aldi na gut, nicht am Aldi traurig ja, das ist der Edeka und der hat geschlossen ja ja ich traurig ja 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 ja